Was geht YouTube damit? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute soll es um das Team der Hinrunde der Drittligasaison 23-24 gehen. Ich habe mir da ein paar Gedanken dazu gemacht und ja, ich möchte das Video einfach mal ganz entspannt in einem One-Take einfach machen, euch mal so ein bisschen in meine Gedanken mitnehmen und ich würde sagen, wir fangen auch direkt, ja, ohne weitere Umschweife sofort mit dem ersten Spieler an, den ich da für das Tor nominiere, für das Team der Hinrunde und das ist für mich ganz klar Jakob Goels. Ich mache gerade bei der Torhüterposition, ja, das gar nicht so sehr anhand von Gegentoren oder zu Nullspielen und so weiter fest, sondern einfach, ja, was ich so für einen Eindruck habe, welcher Torhüter da am weitesten schon ist in seiner Entwicklung beziehungsweise, ja, wer einfach der Beste auf der Linie beispielsweise ist, wer auch sicher immer rauslaufen ist und so weiter in den verschiedenen Attributen und da ist für mich einfach Jakob Goels insgesamt der beste Torhüter der Liga, hatte einige wirkliche Gala-Auftritte, in denen er immer wieder mit, ja, sehr, sehr starken Paraden aufgefallen ist, beispielsweise dieses Spiel bei Viktoria Köln, dieses 0 zu 0, bei der er erst ganz alleine im Spiel gehalten hat, dazu beispielsweise auch diese, ja, starken Paraden in Duisburg bei dem Auswärtssieg von RWE und da, ja, gab es noch weitere Spiele, in denen er wirklich sehr, sehr gut gehalten hat, aber für mich auch entscheidend, dass er am Ball ein sehr, sehr guter Torhüter ist, denn Essen spielt ja in dieser Saison einen anderen Fußball, spielt auch, ja, sehr viel von hinten heraus und da ist er auch immer mit Seitenwechsel, mit Verlagerung auf die Außenbahnspieler, ja, fällt er da immer wieder als guter Fußballer auf und von daher, ja, für mich ein absoluter No-Brainer, ihn einzusetzen. Es gibt natürlich auch mit Gebhardt und Reljatscha, ja, Torhüter, die nur 17 Gegentore kassiert haben in der Hinrunde, die auch gute Leistungen gezeigt haben, gerade Gebhardt hat ja immer wieder, ja, Regensburg praktisch im Spiel gehalten mit tollen Paraden, aber für mich in der gesamten Struktur, beziehungsweise, ja, das Gesamtkonzept bei Jakob Goels, das ist für mich einfach das Kompletteste, das Gesamtprofil und von daher, ja, für mich definitiv verdient, auch, ja, bis hierhin der beste Torhüter der Hinrunde und ist ja auch immer wieder in sämtlichen Formaten und auch in der KKF immer wieder positiv, ja, genannt worden. So, der nächste Spieler für mich dann auf der Rechtsverteidigerposition, da gab es für mich tatsächlich nur einen, der da wirklich in Frage kam und das ist Konrad Faber, der in dieser Saison teilweise auch schon ein bisschen offensiver gespielt hat, aber, ja, vornehmlich die rechte Verteidigerposition bei Regensburg eingenommen hat, wie gerade schon geschildert, 17 Gegentore zur Halbserie und Konrad Faber ist dazu auch immer wieder als Gora positiv in Erscheinung getreten, seine Flanken sorgen immer wieder für Gefahr und er ist da auf der rechten Seite oftmals fast der Alleinunterhalter, ist mit seinen vielen Läufen nach vorne, ja, immer wieder brandgefährlich, ist einfach einer der absoluten Unterschiedsspieler von Regensburg, so viele haben sie davon gar nicht mal so sehr in ihren Reihen, aber die, ja, die es sind, die machen dann auch wirklich den Unterschied bei ihnen aus und sorgen eben dafür, dass Regensburg schon so lange ungeschlagen ist und, ja, auch eine sehr beeindruckende Siegelserie hatte, auch wenn diese Spiele immer sehr, sehr knapp waren, aber, ja, es ist eben auch kein Zufall, dass der Jan mit seiner ausdauernden Spielweise, mit seiner ausdauernden Art, einfach eine sehr, sehr fitte Mannschaft, dass sie damit immer wieder viele Siege holen und diese knappen Spiele für sich entscheiden, wie jetzt auch zum Abschluss nochmal in Unterhaching, als sie die erste Halbzeit ja im Prinzip verschlafen haben und, ja, das zeichnet diese Endox-Mannschaft einfach aus und von daher von meiner Seite aus auch definitiv absolut, ja, berechtigt in dieser Top-11. Genauso ist es eben mit dem weiteren Verteidiger von Jan Regensburg, das ist Louis Bräunig, den sie vom 1. FC Nürnberg, glaube ich, ausgeliehen haben und der so gut wie jedes Spiel eine Innenverteidigung gemacht hat und, ja, mit den 17 Gegentoren insgesamt im Zusammenspiel mit Gebhardt, mit einem Ballers, der auch daneben als erfahrener Innenverteidiger ist, ja, da habe ich mich jetzt einfach für Bräunig entschieden, weil der noch ein paar Minuten mehr gesammelt hat als Ballers und es steht eigentlich sehr stellvertretend für diese überragende Regensburger Abwehr, dass er, ja, einfach ein, es funktioniert einfach so gut, ist es eigentlich teilweise unglaublich, muss man sagen, also die Mannschaft, die tritt eigentlich gar nicht, wenn man sich den Großteil eines Spiels anschaut, so sehr wie eine Spitzenmannschaft aus, sondern, ja, eigentlich eher wie ein Abstiegskandidat wirkt das teilweise, aber sie haben eben einfach diese Qualität, tief stehen zu können, ohne Gegentore dafür zu kassieren, wo gleichzeitig sind sie vorne immer wieder für ein Tor gut, alleine mit dem Spieler, zu dem wir später noch kommen werden und von daher, ja, stellvertretend einfach für diese starke Abwehr auch diese beiden Spieler und, ja, für mich absolut verdient auch dann in dieser Top-Elf. So, der nächste Spieler, zu dem wir dann kommen, ist Felix Götze von Rot-Weiß-Essen, der, ja, für mich praktisch stellvertretend dafür steht, warum RWE dann, ja, diesen Turnaround in der Saison geschafft hat, nachdem sie am Anfang auch nicht so gut reingekommen sind, aber dann ja unter anderem auch fünf Siege in Folge hatten. Er ist einfach ein absoluter Ausnahmespieler und für mich auch der beste Innenverteidiger der dritten Liga bis hierhin, weil er einfach nicht nur unglaublich spielintelligent ist und beispielsweise fürs Aufbauspiel als ja auch eigentlicher oder oftmals auch frühere Achter oder Sechser, also er ist eigentlich Innenverteidiger früher gewesen, aber hat ja dann auch viel auf der Sechs und Acht gespielt, zum Beispiel auch bei Kaiserslautern, auch bei RWE in den ersten Monaten und, ja, das sieht man natürlich im Spiel immer wieder, aber auch, wie er defensiv bestimmte Situationen löst. Es wirkt einfach immer so, als wüsste er eine halbe Sekunde vorher schon, was passieren würde und positioniert sich schon dann genau richtig, dass er dann oftmals auch gar nicht so richtig in den Zweikampf gehen muss und, ja, einfach ein überragender Innenverteidiger, den wir mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren nochmal in der zweiten, wenn nicht sogar ersten Bundesliga sehen werden. Das Potenzial ist auf jeden Fall bei ihm da und, ja, ich bin mal gespannt, ob RWE ihn dann auch über die Saison hinaus halten kann. Das wird auf jeden Fall eine relativ schwierige Aufgabe, möchte ich mal prognostizieren, denn, ja, seine Leistungen sind wirklich meiner Meinung nach überragend. So, der nächste Spieler, und da, ja, muss ich ein wenig cheaten, weil sich jetzt kein Linksverteidiger so richtig aufgedrängt hat, also kein Klassischer, dann auf diese Position zu geraten. Am ehesten für mich noch fast Lukas Brumme von RWE, der dort auch, ja, einen großen Unterschied macht, dem man das auch nicht zu zugetraut hätte nach seinen vielen Verletzungen bei Wien Wiesbaden, dass er so eine überragende Rolle spielen würde. Aber ich finde, da gehört in die Abwehr auf jeden Fall noch ein Spieler von Dynamo Dresden, denn die haben eben auch erst 17 Gegentore, genauso wie Jan Regensburg. Und für mich ist da Jakob Leewald einfach ein Spieler, der ja praktisch sinnbildlich dafür steht, wie gut Dynamo defensiv einfach steht, der vor zwei Jahren erst von Viktoria Berlin gekommen ist, beziehungsweise vor anderthalb Jahren. Und, ja, bei dem ist nicht klar, weil, dass er so eine, ja, wichtige Rolle bei Dynamo einnehmen könnte. Man hatte ja auch in der Vergangenheit schon den einen oder anderen, ja, etwas hochkarätigeren Spieler vom Namen her, in den eigenen Reihen, zum Beispiel auch in Knipping, in der vergangenen Saison. Und, ähm, dass er sich da im Endeffekt durchgesetzt hat, dass er die gesamte Saison über, ja, unangefochten Stammspieler ist, egal wie die Personallage so ist bei Dresden, ähm, spricht für sich. Und ich finde, er ist ein richtig, richtig guter Innenverteidiger, der auch durchaus am Ball was kann. Und, ähm, wenn er noch ein bisschen torgefährlicher wäre, dann, ja, würde er vielleicht auch dem einen oder anderen noch etwas positiver auffallen, weil es dann einfach eben leichter ist, jemanden, wie man diese torgefährlichen Innenverteidiger, ja, die, ähm, hat natürlich immer jeder auf dem Schirm, aber Jakob Lewald ist einfach ein sehr, sehr starker Innenverteidiger und für mich auch einer der Hauptgründe, ja, weshalb Dynamo defensiv immer so solide steht, genauso wie ein Claudio Kammerknecht auf der rechtsverteidiger Seite. Aber da war ihm Konrad Faber für mich der etwas bessere Spieler in der Hinrunde. Ja, dann auch der Doppel-Sechs. Und ich habe auch bewusst die Doppel-Sechs genommen, weil ich da, ja, zwei Spieler unbedingt mit reinnehmen wollte. Ich kann schon mal spoilern, dass Paul Will es ganz knapp nicht geschafft hat. Paul Will ist natürlich ein Spieler, der einfach eine sehr hohe Klasse hat und, ja, einfach immer viele Dinge richtig macht, alleine mit seinem Stellungsspiel auch natürlich sehr gut am Ball ist. Mir persönlich ist er aber, und ich habe einige Spiele bei Dresden gesehen, jetzt nicht so krass positiv in dieser Hinrunde aufgefallen, wie vielleicht noch in der letzten Saison. Und von daher habe ich mich da einfach eher für die, ich sage jetzt mal schillernderen Persönlichkeiten in dieser Hinrunde entschieden. Und eine davon ist eben Marcel Benger, der für das System von Alexander Ende, ja, extrem essentiell ist. Einfach, er ist eben diese, in Anführungsstrichen, Holding Six, ja, die den Laden bei Fair zusammenhält und die dann eben dafür auch sorgt, dass beispielsweise ein Spieler, das kann ich schon mal spoilern, das wird euch nicht überraschen, dass er drankommt, ein Batista Maier, dass der glänzen kann, dass sich ein Maiel Corbos dann auch auf Offensivaufgaben durchaus konzentrieren kann und generell, dass seine Spieler um ihn herum einfach besser aussehen, da ist er für mich einfach ein Bessermacher, ist sehr zweikampfstark, ist ja auch relativ groß gewachsen, ich glaube knapp 1,90 groß und in letzter Zeit auch durchaus torgefährlich in Erscheinung getreten, beispielsweise mit seinem Siegtor gegen Dynamo Dresden oder jetzt auch zum Schluss mit dem Ausgleichstreffer, beziehungsweise Führungstreffer war es, glaube ich, gegen Viktoria Köln und auch den einen oder anderen starken Schuss schon in dieser Saison rausgehauen, also passend zu seinem Nachnamen und ja, für mich da ja auch No-Brainer, ihn praktisch in diese Elf, ja, hineinzutun, genauso eben wie Winko Scharpina, dem inzwischen Kapitän von Rot-Weiß-Essen, der mir schon in der letzten Saison extrem positiv bei Fair aufgefallen ist, einfach ein sehr pressing-resistenter, defensiver Sechser, ähnlich auch wie Marcel Benga, also die tun sich da in der Hinsicht, gerade im Kurzpassspiel dann hintenherum, tun sie sich beide nicht viel, sind sehr pressing-resistent und einfach extrem wichtig als Leader für ihre Mannschaft, gerade Scharpina, der dann auch immer wieder für Verlagerung sorgt, da einfach, ja, wirklich ein überragender, alleiniger Sechser ist bei RWE und definitiv einer der Hauptgründe, dass sich RWE spielerisch so stark verbessert hat im Vergleich zum Vorjahr und ja, ist ja jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich erst in die Kicker-Elf der Woche oder des Spieltags berufen worden, das sagt für mich auch ziemlich viel einfach über diese schlechten Benotungen aus und obwohl das noch nicht mal seine beste Leistung war, gegen Halle, beispielsweise beim 0-2 steht er da nicht beim, ja, Gegenspieler, der im Endeffekt trifft, Halimi, aber er ist trotzdem einer der besten Spieler in der Hinrunde für mich ganz klar gewesen und ja, nicht umsonst auch so schnell dann Kapitän bei RWE geworden. Ja, dann machen wir es gar nicht besonders spannend, aber natürlich muss Oliver Batista Meier dann auch ein Teil dieser Hinrundenelf sein in der dritten Liga, hat jetzt in den letzten beiden Spielen, glaube ich, keinen Scorerpunkt mehr gesammelt, aber ich glaube, nach 17 Spielen hat er schon diese 19 Scorerpunkte, also in den letzten drei Spielen, dann, glaube ich, keinen Scorerpunkt mehr, ist aber der absolut überragende Spieler der Hinrunde, hat ja, bei Verl sowas von abgerissen, das hatte man definitiv nicht für möglich mehr gehalten, denn das war ja auch so ein Spieler, der sehr unglückliche Karriereentscheidungen so in den letzten Jahren getroffen hatte, das war, der Weg nach Dresden war definitiv im Endeffekt nicht der richtige, da hat er sich nicht wirklich wohlgefühlt, konnte in der zweiten Liga gar keine Akzente setzen und auch dann in der dritten Liga nicht, sodass er im vergangenen Winter, also im Januar 23, eben nach Verl verliehen wurde, Dresden hat noch rund zwei Drittel, wie ich gelesen habe, seines Gehalts weiterhin übernommen, also er sagt auch schon sehr viel darüber, was Dresden eigentlich von ihm erwartet hatte, wenn man so viel des Gehalts übernehmen musste, damit Verl eben den Spieler sozusagen abnimmt und ja, man hat ihn jetzt im Endeffekt zurückgeholt, das hat natürlich auch ein paar finanzielle Gründe, dass man nicht weiter zwei Drittel des Gehalts bezahlen möchte, nur damit man Konkurrenten stärkt, das ist mehr als verständlich, von daher habe ich auch diese Aufregung gar nicht um dieses Thema verstanden, habe da dazu auch ein separates Video aufgenommen, könnt ihr euch nochmal gerne auf dem Kanal anschauen. Matista Meier ist einfach überragend, taucht überall auf dem Feld auf, rechts wie links, hat beispielsweise bei seinem Gala-Auftritt in Essen, kam er dann auch bei einem Konter über die linke Seite, zieht dann in die Mitte und schließt perfekt ins kurze Eck ab. Das sind so Aktionen, in denen man einfach merkt, was das für ein besonderer Spieler ist, war immer wieder einfach, selbst wenn er nicht gut im Spiel war, immer wieder an Toren direkt beteiligt und ja, definitiv der Hauptgrund, weshalb der SC Fair nach dem etwas schwierigen Start ja so viele Spiele gewonnen hat, ja, Betonung auf gewonnen, denn ja, um Spiele eben zu gewinnen regelmäßig, muss man regelmäßig auch Tore schießen und das, ja, haben sie vor allem Batista Meier zu verdanken, von daher bin ich auch absolut davon überzeugt, dass Fair in der Rückrunde kein Wort um den Ausstieg mitsprechen kann, denn genau diese Qualität fehlt dann einfach. Sie werden wahrscheinlich nicht so einbrechen, dass sie irgendwie auch nur ansatzweise, ja, unten reinrutschen könnten, also das sehe ich dann auch wiederum überhaupt nicht, dafür haben sie einfach ein viel zu gutes Mittelfeld und mit Sessa zum Beispiel auch einen Spieler, der dann diese Zehnerrolle, ja, wieder sehr gut übernehmen kann, haben ja teilweise auch zusammengespielt. Und, aber dann noch dieses letzte Quäntchen an Qualität, das fehlt jetzt einfach ohne Batista Meier und ich bin sehr gespannt, wo er dann wahrscheinlich hinwechseln wird, irgendwo in die zweite Liga, möglicherweise zum HSV, zu Tim Walter, den ihr ja schon kennt auch von früheren Bayern-Zeiten und ja, ich bin mir sicher, er wird noch, ja, gehörig von sich reden machen, auch in der zweiten beziehungsweise Bundesliga. Ja, dann kommen wir auch zum nächsten Spieler, zum insgesamt dritten vom SSV Jan Regensburg und das ist Dominic Cota, ein Spieler, den ich in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahren bei Waldhof Mannheim, wo er verliehen war von Karlsruher SC, immer sehr, sehr gerne habe spielen sehen, weil er immer wieder für extrem viel Dampf von außen gesorgt hat, ist immer wieder in die Mitte gezogen und hat dann auch teilweise Traumtore geschossen, beziehungsweise auch häufig, ja, relativ knapp daneben, also hatte da nicht immer so dieses ganz große Glück bei Mannheim, aber man konnte schon wirklich sehen, dass das ein, ja, Spieler ist, der wirklich extrem interessant ist und der eine Menge Potenzial hat, der einfach sehr gut auch im 1 gegen 1 ist, kaum vom, ja, Ball zu trennen im Prinzip, wenn er dann wirklich in einer klassischen 1 gegen 1 Situation ist, sehr, sehr schnell im Antritt und, ja, schießt auch die Standards beim SSV Jan Regensburg meistens und, ja, ist da sehr, sehr gefährlich, hat ja beispielsweise auch beim Spiel gegen Freiburg 2 dieses Freistoßtor aus der Distanz gemacht, bei dem dann der Ball durchgerutscht ist und das ist praktisch so ein bisschen stellvertretend dafür, ja, wie gefährlich dann immer wieder seine Standardsituationen sind, die scharf geschossen sind und, ja, einfach einer dieser Spieler, die diesen Jan-Fußball perfekt verkörpern, dieses Ausdauernde, dieses immer wieder Anlaufen, immer wieder alles versuchen, draufschießen aus der Distanz und so weiter und so fort und was dann eben einfach auch immer wieder beim SSV Jan Regensburg sehr gut klappt und, ja, nicht umsonst sind sie dann jetzt der Wintermeister und Dominik Cota ist definitiv einer der absoluten Hauptgründe dafür und, ja, kommen wir zum letzten Spieler in dieser Offensivreihe, das ist dann Luca Maseiler von Viktoria Köln, um den es ja jetzt tatsächlich auch schon Gerüchte gibt, dass er möglicherweise, ja, in die zweite Liga wechselt, schon im Winter, denn es sind jetzt auch, ja, Artikel aufgetaucht bei Viktoria Köln, dass man, ja, durch den Tod von Franz Josef Wernse, dem jahrelangen Mäzen von Viktoria Köln, über ein Jahrzehnt lang war er dort tätig, dass man den, ja, Köln immer enger schnallen muss, dass man schon in diesem Jahr oder zu dieser Saison 800.000 einsparen musste und das wird sich jetzt im Sommer nochmal etwas erhöhen, also man muss nochmal etwas mehr jetzt einsparen im Vergleich zum Sommer und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann, da man ja relativ, ja, beruhigt sein kann, was den Abstiegskampf angeht, könnte ich mir auch schon vorstellen, dass er für eine gewisse Sommer dann im Winter den Verein verlässt und, ja, da werden zum Beispiel der 1. FC Nürnberg oder Schalke 04 gerüchtet. Ich bin mir sicher, dass eine Menge Vereine an ihm, ja, Interesse haben und wir ihn dann, ja, relativ schnell auch in der zweiten Liga sehen werden mit 13 Scorer-Punkten. Bis hierhin spielt er einfach eine, ja, oder 12 sind es ganz genau, nach 18 Spielen von ihm, neun Tore, drei Vorlagen, ja, als offensiver Mittelfeldspieler beziehungsweise, ja, dann eher über links kommt, ist das ein überragender Wert, neun Tore zur Hinrunde. Und der hat auf jeden Fall im Vergleich zu den Vorjahren, in denen mir auch schon immer wieder positiv aufgefallen ist, aber dann einfach nicht so dieser Scorer war, da hat er jetzt definitiv den nächsten Schritt gemacht und ist von daher auch, ja, absolut verdient natürlich in dieser Top-11. Und der letzte Stürmer, der dann, oder der einzige Stürmer, den ich für mein System ausgesucht habe, ist dann nicht Dominik Baumann, den vielleicht, ja, der ein oder andere noch auf dem Zettel dafür hatte, sondern eben Yannick Mause, der mit insgesamt 16 Scorern in seinen 19 Spielen, 13 Tore, drei Vorlagen, ja, einfach für mich der Ausnahmestürmer in dieser Liga ist, in dieser Saison, der ein sehr, sehr guter Konterstürmer ist, weil er einfach ein sehr, sehr gutes Tempo hat, ist ja auch relativ groß gewachsen und, ja, trotzdem oder vielleicht auch deswegen besonders schnell, ich vergleiche das immer, solche groß gewachsenen Stürmer oder Spieler, die sehr, sehr schnell sind, habe ich da immer so Gareth Bale als Prototyp im Kopf und, ja, genauso ist es bei ihm auch praktisch diese Dynamik, diese Athletik. Dazu ist er auch ein Spieler, der trotzdem den Ball sehr gut festmachen kann mit dem Rücken zum Tor, also auch da ist er wirklich, ja, hat diese Qualität einfach, die man dann braucht, wo ihm dann von meiner Sicht aus auch ein Dominik Baumann, ja, keinen Vorteil gegenüber ihm hat, sondern ich sehe die beide da relativ ähnlich, auch wenn vielleicht Baumann mit seinen, ja, ich sage jetzt mal etwas völligeren Körper, vielleicht noch etwas besser den Körper reinstellen kann, aber ich sehe da nicht, dass Dominik Baumann da den großen Vorteil hätte und, ja, Maus ist dazu auch noch in der Lage, sich immer wieder auf Außen fallen zu lassen, eben mit seinem Tempo, ist auch gut im Dribbling, hat auch zum Beispiel Alemann ja Aachen öfters mal über die linke Seite kommt, dann ist er dann in die Mitte gezogen und hat dann abgeschlossen aus der Distanz, auch da ist er gefährlich und, ja, alles in allem einfach ein sehr, sehr kompletter Stürmer, bei dem ich mir auch sicher bin, dass wir den spätestens im Sommer 25 dann in der zweiten Liga sehen werden, ich sehe nicht, dass da seine Entwicklung am Ende ist, beziehungsweise, dass es dann leistungstechnisch wieder runtergeht und von daher von meiner Seite aus auch, ja, wirklich ganz klar der beste Spieler oder der beste Stürmer dieser Hinrunde und von mir aus dann auch verdient in dieser Top 11. Ja, ansonsten möchte ich noch ein paar Spieler nennen, die es auch noch durchaus verdient gehabt hätten oder zumindest eine Erwähnung verdient haben. Dazu zählt beispielsweise auf der linken Offensivseite Leo Sienza von dem SSV Ulm, der in dieser Hinrunde jetzt insgesamt sechs Tore und fünf Vorlagen geliefert hat, also elf Scorer-Punkte, gerade zum Schluss jetzt nochmal richtig aufgeblüht ist, beispielsweise zwei Tore ja in fair gemacht hat beim souveränen Ausbärtssieg und auch zwei Tore kann ich mich noch erinnern bei Viktoria Köln, davon eins sehr, sehr schön. Also der ist auch nochmal richtig aufgelüht, aber eben gegen Dominic Cota für mich da in dieser Hinsicht keine große Chance gehabt und ansonsten für mich noch sehr, sehr positiv aufgefallen, durchgängig auch Julian Hedver, der jetzt für mich den nächsten Schritt gemacht hat mit sechs Toren und sieben Vorlagen in 18 Spielen, also auch 13 Scorer-Punkte, aber da sehe ich eben persönlich diese drei Spieler, die ich eben dafür ausgewählt habe, noch etwas vor, eben gerade über die rechte Seite, wo ich jetzt mal Seiler hingesteckt habe, der eben schon wirklich Zweitliga-Angebote jetzt auch hat und ja wirklich aus diesem, ich sag jetzt mal etwas salopp gesagt, Jugendfußball jetzt rausgekommen ist und jetzt wirklich im Männerfußball so richtig seinen Fuß drin hat, da sehe ich ihn noch ein Stück weit einfach vor Julian Hedver und ja, bei Dominic Baumann habe ich gerade denke ich schon genug gesagt, elf Tore, null Vorlagen, das sagt natürlich auch eine relativ, relativ viel über seinen Spielzieher, hat auch den einen oder anderen Elfmeter gemacht und sicherlich eine starke Hinrunde, gar keine Frage, gerade bei so einem Team wie Halle, wo er dann auch noch beispielsweise in Thunay-Dennis mit sieben Toren und fünf Vorlagen positiv aufgefallen ist, aber dennoch ja für mich nicht so ein Spieler, der sich jetzt in der zweiten Liga auf jeden Fall durchsetzen würde, hat es ja damals auch bei Würzburg nicht geschafft und da sehe ich einfach Janik Mause persönlich auf einem ganz anderen Level und ja, was ich sonst noch hinzufügen kann, natürlich noch der Trainer der Hinrunde, das ist für mich ganz klar Joe Enox, auch wenn natürlich zum Beispiel Christoph Dabrowski bei RW auch einen bemerkenswerten Job gemacht hat, aber ja, Joe Enox, dass er das mit diesem Kader rausgeholt hat, dass man jetzt nach 20 Spielen 45 Punkte hat, das ist einfach Wahnsinn und so viel Glück da in einzelnen Spielen auch dabei gewesen sein mag, ist das einfach überragend, was er dort fabriziert, wie er die Mannschaft immer wieder gut aufs Spiel einstellt, wie die Mannschaft auch bis zum Schluss immer an sich glaubt und an Spiele auch oftmals noch gedreht hat und ja, für mich ein absoluter No-Brainer, dass es natürlich Joe Enox ist, der mit diesem auch komplett frisch zusammengestellten Kader, da ist ja kaum Spieler geblieben im Vergleich zum Zweitliga, ja, sehr, sehr viele Spieler gewechselt, dass er die so hingekriegt hat, dass es jetzt wirklich die beste Mannschaft der Hinrunde im Endeffekt ist, das ist schon wirklich bemerkenswert und von daher, ja, für mich Joe Enox der Trainer der Hinrunde. Ansonsten, ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal so eure Meinung in den Kommentaren da lasst, welchen Spieler ihr vielleicht noch in die Top 11 gesetzt hättet oder welchen Trainer alternativ auch und ja, ansonsten lasst gerne ein Like auf das Video da, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder, macht's bis dahin gut, haut rein und ciao.